Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Es ist lange her, aber wir schauen uns endlich mal wieder was vom lieben Bau an. Es hat ein bisschen gedauert, aber er hat endlich mal wieder was hochgeladen, was mich sehr gefreut hat. Beziehungsweise hat er mal wieder was hochgeladen, was ich schnell genug gesehen habe und dann noch schnell ein Video dazu machen konnte. Weil die letzten Sachen habe ich erst so spät gesehen, weil die Abo-Box auch wieder so spinnt. Deswegen muss man wirklich jetzt bei den Leuten immer die Glocke aktivieren. Es ist echt blöd irgendwie. Wie dann auch noch mit dem Update irgendwie zu YouTube Premium und so, habe ich das Gefühl, dass manche Videos echt gar nicht mehr angezeigt werden. Dass man keine Benachrichtigung mehr bekommt, ist ein bisschen schade. Aber wir schauen uns jetzt von Bau, den, keine Ahnung was es ist, es scheint so ein Comedy-Video zu sein. Ähnlich wie das von Ju letztens. Denn ich habe ja, wer mein Video dazu gesehen hat, zu dem von Ju letzte Woche, Ju hat ja auch so ein Fußball-Video rausgehauen irgendwie. Und da gab es ja auch den Anime-Fußballer-Typen. Und dazu hat Bau jetzt ein eigenständiges Video dazu gemacht, was ich mir so gewünscht habe. Also wahrscheinlich hat Bau einfach mal ein Video gesehen und dachte, hey, Flo möchte so ein Video sehen? Das lade ich hoch. Gerne, Bau nochmal. Ich bin immer wieder gerne für dich da. Auf jeden Fall hat der Anime-Fußball in Real Life hochgeladen. Ich bin gespannt, weil ich diese Idee einfach schön fand. Sie ist bei Ju, er ist gut umgesetzt. Und allgemein, wir kennen alle die Anime-Fußball-Serien, Kickers oder Tsubasa oder, keine Ahnung, meinetwegen auch Galactic Football habe ich erwähnt. Und wenn Leute drei Folgen lang in der Luft sind und sich drehen und dann irgendwann der Schuss kommt und der Torwart ihn doch noch hält. Oder der Torwart mit dem Ball ins Tor reinfliegt. Solche Sachen erwarte ich. Ich habe Bock drauf. Und ich glaube, Bau ist der richtige Asiator, der das umsetzen kann. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich würde sagen, schauen direkt rein, Leute. Los geht's. Oh ja, darauf habe ich gewartet, Alter. 1-0. Verdammt, das sieht schlecht aus. Wenn ihr verliert, dann hört der mit Fußball auf. Oh, es war immer so, oh wie cool. Das ist das beste Team, Alter. Das ist das beste Team. Übrigens, Freunde, diese drei netten Menschen habe ich auch in der Band-School getroffen. Habe mit denen geredet ein bisschen. Das war auch cool, die zu treffen. Das war auch cool, Mann. Können wir einen Verein nicht gebrauchen, aber... Okay. Wenn du verlierst, machst du einen Fortnite-Tanz. Aber das... Oh nein. Oh nein, kein Fortnite-Tanz. Dann ist es aus mit uns. Wir müssen schneller sein. Ey, genau so ein Video habe ich mir gewünscht, Mann. Es ist nicht so ein Atem-Video, sondern einfach so, ähm... Ja, so eine Anime-Folge fast. Oder so ein kleiner Clip aus einer Anime, aus einem Fußball-Anime. Dargestellt in Real Life, Alter. Oh, Alter, Freunde, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Ich wurde für dieses Video geboren, ich merke es. Alter, selbst die Kamera-Führung ist wie im Anime. Hä? Shit. Der Pass hat mich abgelenkt. Hä? Komm schon! Oh, shit. Immer der Zoom auf die Augen, Alter. Alter, ich habe legit, Freunde, ich habe legit gerade Gänsehaut as fuck, Alter. Holy shit, Alter. Gib mir den Ball zu. Los, Kiko! Du musst es selbst machen. Es steht niemand frei. Oh, doch, Kiko steht frei, okay. Wieso habe ich den Ball auf einmal? Verdeck es. Ach, Alter, das ist so nice gemacht, Alter. Es ist eine Pinte. Holy shit, Mann. Nicht mit mir. Sie hat den Ball nicht mehr. Nice. Was war das? Ich verpiersleise. Sie verschleiert ihre... Was war das? Ach, Mann, Alter. Wie cool das gemacht ist, Alter. Das versetzt mich echt in meine Kindheit zurück, weil das ist was, was ich mir immer gewünscht habe, auch als Kind schon. Einfach so eine Anime in Real Life von Fußball. Ich habe auch versucht, immer die Moves nachzumachen von Spazern so. Aber dann habe ich gemerkt, ich kann nicht wirklich 20 Sekunden in der Luft mich drehen und ein Salto machen. Aber ich habe es versucht. Ach, Mann, das Video ist echt gut. Präsenz, nutze es, um die Hauptaufmerksamkeit auf John und mich zu leben. Deswegen, dass ihr das ganze Spiel nicht mehr mehr habt. Oh, ja, Alter. Jetzt geht's los, Mann. Yes. Wenn wir jetzt so weisermachen, gewinnen wir das ganze Game. Hm. Oh, nein. Sie verlassen das Spielfeld? Okay, ich dachte, sie fusionieren sich, Alter. Jetzt seht ihr meine Spezialfähigkeit. Oh, nein. Alter. Oh, nein. Er wird dich noch halten. Admir, kommt dir nicht vorbei. Du unterschätzt er etwas. Alter. Ja, Mann, das mag ich nicht sehen. Alter, wie cool das aussieht, Mann. Ist das Tor kaputt gegangen? Bitte, das Tor muss kaputt gegangen sein. Er hat mich in meiner Bestform geschlagen. Ich gebe auf. Oh. Ach, Mann, wie cool das gemacht ist. Ja. Natürlich habe ich es mal wieder nicht geschafft, das Video pünktlich zu bringen. Aber egal. Teamwork makes the dream work. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit der Welt. Schreibt mir in die Kommentare, welche Stelle ihr am coolsten fandet. Alles. Ich hoffe, an alle, die mitgemacht haben. Ich finde es auch mega cool, dass sie auf die Beine gestellt haben. Und denkt dran, Leute, Schwächen kann man in Stärken umwandeln. Und deswegen geht nicht auf. Egal, was andere über euch sagen. Viel Schweiß und Herzblut. Zeigt ihr denen, dass sie falsch liegen. Ich hoffe, einige von euch genießen das Deutschland-WM-Spiel heute Abend und dass das hier ein cooles Warm-Up war. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ich liebe auch übrigens ein neues Outro. Alter, war das ein geiles Video, Mann. Holy shit, war das ein geiles Video. Alter. Zurecht, endlich mal in den Trends, Alter. Bau, du musst öfter in den Trends sein. Alter, was ein geiles Video. Es hat echt so voll die Kindheit-Flashbacks gebracht. Und mal wieder richtig Bock auf Fußball gebracht. Ich meine, klar, ich habe es auch irgendwann in einem anderen Video schon mal gesagt, YouTube wird jetzt überhäuft von Fußball-Videos. Aber umso erfrischender ist es, so einen anderen Ansatz zu sehen, so etwas anderes zu sehen, als das, was andere machen irgendwie. Und, alter, richtig gut umgesetzt, Mann. Exakt so. So was habe ich mir gewünscht, als ich mir das letzte Video von Ju angesehen habe. Und Bau hat es einfach innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt. Krass, Mann. Absolut schön gemacht, Mann. Herz einfach drauf. Diese Schnitte, die typischen, ja, die typischen Anlieb-Schnitte, die Sound-Effekte und auch diese cheesy Sprüche wie, oh nein, das kann doch nicht sein. Ich habe noch einen Power-Move. Diese typischen Sachen, man kennt sie. Das war absolut nice gemacht, Mann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, früher als ich Fußball gespielt hatte mit meinen Freunden oder auch alleine, ich habe auch manchmal alleine gespielt, weil ich nicht so viele Freunde hatte und immer noch nicht habe. Feels bad. Dann bin ich auch immer so hochgesprungen, habe so einen Volley genommen, habe dann gesagt, oh, jetzt kommt der Tiger-Kick, Boom! Oder der Panzerschuss, keine Ahnung, Mann. Man hat es einfach gefühlt, Alter. Und die Schüsse waren auch wirklich immer die besten, muss man sagen. Vor allem, wenn man es gefühlt hat, wenn man dabei war und wenn man dann den Tiger-Schuss rausgeholt hat, dann hat man das Game noch gedreht, wie eine kleine Scheibe. Echt schönes Video, Mann. Ich hoffe, da kommt noch so ein Teil irgendwie von oder gerne auch irgendwas anderes. Aber so an den Fußballserien wurden bis jetzt, glaube ich, echt noch nicht so oft dargestellt in Real Life. Und kann man sich immer gut geben. Schreibt, wie ihr das Video fandet und ob ihr es aus Spiel gesetzt hättet, einen Fortnite-Tanz machen zu müssen. Weil, wie wir alle wissen, das ist die höchste Strafe der Welt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 12 bei einem neuen Video. Ansonsten auch noch heute Abend um 18 Uhr. Bis dann noch einen wunderschenden Tag, meine lieben Freunde. Redfresh und ciao. Das war's für heute Abend.